Ich spiele die Rolle der Andine Adams, einer Amerikanerin und einer Halb-Amerikanerin, die 1907 das erste Mal ins Adlon kommt. Das ist, glaube ich, meines Erachtens eine fiktive Figur. Und mit einer der Hauptfiguren ein Verhältnis beginnt, mit der Alma Schad. Und für mich war es spannend, natürlich zum einen diesem historischen Mehrteiler mitzuspielen, das gesamte Paket, also Uli Edel zum Beispiel, der hier als Regisseur sozusagen engagiert wurde, und die ganzen Mitschreiter, die Kollegen wie Heino Ferch, Burkhard Clausen, Thomas Thieme, das fand ich natürlich total spannend. Ich würde es nicht unbedingt so als lesbische Liebe, wie wir es unter heutigen Gesichtspunkten verstehen, sondern die ist einfach sehr weltaufen. Ich denke auch, dass die mit Männern durchaus zusammen war, aber sie verliebt sich eben in die Alma und die dann auch ihre Lebensgefährtin tatsächlich wird für die nächsten Jahrzehnte. Und ich glaube, dass es dabei gar nicht so sehr um eine homosexuelle Geschichte geht, sondern einfach um jemanden geht, der das Leben in vollen Zügen genießt und das tut, was er für sich als richtig empfindet und da unabhängig ist von gesellschaftlichen Konventionen. Ich habe mich mit Fotografie ziemlich intensiv beschäftigt, also mit der Fotografie um die Jahrhundertwende. Mit Jim Rackete zum Beispiel, ein sehr bekannter Fotograf, ist zusammengearbeitet. Der hat mir das erklärt, wie man solche Plattenkameras bedient. Ja, nun spielt meine Figur nicht konkret in den Zwanzigern. Ich höre tatsächlich 1919 auf. Aber man sieht ja auch schon, dass wir so Einflüsse übernommen haben. Aber prinzipiell sind die Zwanzigerjahre natürlich das goldene Zeitalter, glaube ich, oder die goldene Zeit gewesen für ganz viele, weil eben so wahnsinnig viel im kreativen Bereich passiert ist, weil sich die Mode so stark verändert hat, weil die Frauen sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise emanzipiert haben. Und gerade in Berlin war so eine Hochburg von Kultur und Kunst und es wurden so viele Konventionen gebrochen. Also es war eine ganz spannende Zeit. Film ist totale Teamarbeit. Du bist nichts ohne die anderen. Gar nichts. Selbst ein hervorragender Schauspieler ist nichts, wenn er kein anständiges Licht hat, wenn die Requisite nicht toll ist, wenn das Kostüm nicht gut ist, wenn die Kamera nicht gut einfängt. Also du bist verloren. Das geht nur zusammen. Und das ist eigentlich auch immer wieder toll festzustellen, wenn man arbeitet, dass die Gemeinschaft den Film macht und nicht jemand allein. Ich glaube, es ist spannend sozusagen durch diese Epochen zu springen und dieses Wandeln durch die Zeit mitzuerleben anhand dieser Familie und anhand dieser Schicksale. Ich glaube, das macht Spaß zu gucken.